ja ganz entspannte um mir mal sehen was läuft hier nicht so perfekt hier war naja was soll es wenn man aus dem botten kommen würde wenn der mausen botten kommen würde wäre schlecht die lebt über vor die das neue pumpe da hier oder hallo ich bedanke mich bei busfahrer wo hütteln wir ab hier lapidu die towers will ich nicht unbedingt weil damit jetzt abende blende da möchte ich nicht wir machen hier drüben schiff die shapes würde ich sagen ja kommt doch mal was oder was ist hier ich höre irgendeine truhe ich glaube ich habe zu ihm gehört bin noch nicht aber wir sind nicht so weit weg glaube ich das war aber freundlich hier oder oder habe ich immer nur gesehen warte mal die wandel geht schon los hier ab geht die post so wann kommt ein paar eierköpfe aber wir sind noch in der zone das ist nicht das läuft läuft wie schmierfett läuft wie schmierfett läuft wie schmierfett läuft wie schmierfett so ich sehe schon kommt das hier gleich irgendein auftaucht und mir so einen reinsetzt das hat das Arschbuchen drin was ist denn das da vorne das leuchtet in der blauen was ist denn das für ein schönes Ding was ist das oh ok ist das ein Zeitmoor oh wirklich n**** ich lande aber auf jeden fall nicht auf dem fußballplatz so wenn der mal landen würde hier wäre es auch mal ganz entspannt weil der landet auch da wo ich bin in meiner Nähe war Carlo Koks ist hier auch rumgelaufen gerade den habe ich ja gehört oh ich höre da was ok na wo bist du mein vorteil ist er weiß nicht was ich jetzt drüber bin jawoll ist klar lohoho nice wie und wie es wie